Hallo liebe Moto-Fans, es ist wieder Unboxing-Zeit und heute geht es um den Mechaniker, um Man-at-Arms. Jawohl, wir legen auch gleich los. Ihr seht es hier schon, kein New 420 Logo und auch unter anderem wieder mit deutscher Sprache. Eine sehr, sehr neutrale Position. Hinten haben wir wieder ein schönes Artwork, was ich euch gleich nochmal vernünftig einblenden werde. Und hier haben wir weitere Figuren abgebildet. Hier haben wir ein paar Features, die man mit Man-at-Arms machen kann. Und deutsche Sprache. Ja, sehr schön. Dann würde ich mal sagen, packen wir das Ding direkt mal aus. Und hier ist er. Unser schnauzbärtiger Waffenmeister. In knalligem Grün, Orange und einem hellblauen Helm. Wunderschön. Ja, schauen wir uns die Figur doch mal etwas genauer an. So, und hier ist er nun final. Ihr seht, eine wirklich wunderschöne Figur. Drüber malen konnte man an verschiedenen Punkten jetzt wenig. Denn ihr seht, die einzige Stelle, wo man etwas bemalen musste, war hier oben. Hier gibt es ein paar Farbpatzer. Das muss man sagen. Aber das stört jetzt nicht wirklich. Ansonsten konnte man da nicht viel falsch machen. Denn die restlichen Teile sind soweit alle in ihren Farben gegossen. Natürlich kann man die Teile auch wieder abmachen. Hier den Arm. Den anderen. Ja, und somit kann man natürlich auch hier die Rüstung wunderbar leicht entfernen. Und ihr seht, ein Standardkörper. Ein Manko habe ich bei diesem hier. Tatsächlich wackelt der Kopf hin und her. Das muss ich leider bemängeln. Der Kopf geht natürlich entsprechend leicht ab. Das ist kein Problem. Und ich denke, ein bisschen Paterfix. Und das hat sich dann. Aber, naja, schon ein bisschen seltsam. So, natürlich geht auch der Oberkörper entsprechend ab. Der hält auch wunderbar. Auch die Stiefel kann man entfernen. Einen demonstriere ich euch jetzt gerne mal. Und dann könnte man die jetzt zum Beispiel mit He-Man, Trapjaw, Skeletor oder wem auch immer tauschen. Apropos Trapjaw. Ich habe mir hier den Trapjaw mal genommen. Hatte vorhin dann auch ein bisschen rumprobiert. Und so sieht dann der Waffenmeister mit seinem Oberkörper auf Trapjaw aus. Zack. So, nur für diejenigen, die das gerne mal kurz eben gesehen haben. Jetzt kommt aber der Witz an der Sache. Denn der Trapjaw-Kopf ließ sich partout nicht auf den von Man-at-Arms machen. Tja. Sehr merkwürdig. Obwohl die Ball-Joints gleich groß sind, das Ganze aus einem Guss sein sollte. Es funktionierte partout nicht. Gucken wir mal im Vergleich. Hier, das ist der von Man-at-Arms. Hier haben wir den Kopf von Trapjaw. Und man sieht, das ist schon ein bisschen unterschiedlich. Ich kann es gerne noch mal versuchen. Weil es würde natürlich cool aussehen, den grünen Kopf auf dem grünen Körper. Es geht nicht. Egal was ich versuche, es geht nicht. Nicht einmal bei erhöhtem Kraftaufwand. Es fehlt allerdings natürlich noch das Zubehör. So, da ist das Zubehör. Da hätten wir als erstes die Keule. Diese ist schmal wie in den 80er Jahren und klein. Dann haben wir hier einen Beinschoner. Und den machen wir hier ans Bein dran. Das wird hier ganz einfach durch diese Öse geschoben. Zack. Und schon ist das durch. Nach unten geschoben. Alternativ kann man natürlich auch gerne das Bein abmachen, also den Fuß abmachen. Das geht natürlich auch. So, dann haben wir hier die Armschoner. Nummer 1. Da hilft es vielleicht, wenn man wirklich das Händchen entfernt. Auch hier einfach durch diese Öse schieben. Zack. So, hier mal im Vergleich. Leider habe ich den Vintage-Manded Arms nicht zur Verfügung. Deswegen hier den Neo-Vintage. Und ihr seht schon die Unterschiede, die natürlich nicht nur in den Gelenken sind, sondern auch in der Farbe. Denn der Neo-Vintage ist um einiges dunkler. Vor allem im Grün und im Orange. Bei den Helmen kommen sie sich, naja, auch schon einigermaßen näher. Aber der Unterschied ist auch sehr, sehr deutlich. Genauso wie hier bei den Füßen. Also man sieht, das ist schon wirklich ein deutlicher Unterschied. Einzige beim Gürtel sind sie sich relativ nah. Da ist das Blau schon recht ähnlich. Aber auch auf den ersten Blick sofort ersichtlich anders. So, da wären wir auch schon fast am Ende dieses Unboxing-Videos hier angelangt. Allerdings gibt es da eine Kleinigkeit noch, die ich euch empfehlen möchte. Sollte das bei euch tatsächlich auch so sein, dann besorgt euch ein bisschen Paterfix und macht aus eurem Wackeldackel Man-at-Arms einen, der den Kopf vernünftig drauf hat. Ich habe mir hier so ein bisschen was reingemacht. Und ihr müsst euch das Ganze nur ein bisschen zurechtfudeln. und schon habt ihr einen, der den Kopf vernünftig bewegen kann. Ja. Bisschen liegt es hier auch am Ball-Joint, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das ist auf jeden Fall eine bessere Lösung und man sieht es nicht. Das geht dann in diesem Fall. Ein bisschen schade. Ich hoffe nicht, dass sich solche Fehler bei den Origins jetzt weiter häufen. Ähm, es sind Kleinigkeiten, aber trotzdem, ähm, ja. Natürlich, was mich bei Man-at-Arms persönlich immer schon ein bisschen gestört hat, sind diese Teile hier, also die dauernd immer wieder runterfliegen. Aber das ist nochmal so die Figur, da kann man sonst nichts machen. Ansonsten ist das eine Top-Figur, die ganz besonders in der Vitrine richtig cool aussehen wird. neben He-Man und Man-at-Arms. Ja, schreibt mir doch eure Meinung dazu mal in die Kommentare. Dann natürlich nicht zu vergessen, abonnieren, Glocke aktivieren und am besten dem Video noch einen Daumen nach oben geben. Würde uns freuen. Bis zum nächsten Mal.